Hallo, ich bin Gerlinde Schrempf, Stadträtin. Ich wohne im Stadtteil Landwasser, habe zwei erwachsene Kinder. Bis zu meiner Pensionierung habe ich als Lehrerin gearbeitet. Im Gemeinderat bin ich für meine Fraktion im Schulausschuss und im Verkehrsausschuss. Was ist für uns wichtig? Das bezahlbarer Wohnraum geschaffen, vor allem aber die Luxussanierung, die Abrisspolitik, Schaffung ständig neuer Ferienwohnungen braucht kein Mensch. Der Breitensport muss mehr als bisher gefördert werden. Stichworte dazu sind beispielsweise das Westbad oder eine neue Eishalle. Wir müssen viel mehr für die Vereine tun, die ja eine hervorragende Jugendarbeit leisten, die für uns sehr wichtig ist. Aber auch die Sorgen unserer Bürger in den Stadtteilen sind meine Themen. Ich nenne da stellvertretend die Grundwasserproblematik, die unsäglichen Beschlüsse zur Erbpachtpolitik, Lärmbelastung an Bahnstrecken, an Alten wie an Neuzuschaffenden. Wir haben keine weiterführende Schule am Thuniberg und zuletzt die ewigen Verkehrsprobleme, Stauungen in der Stadt Freiburg Freiburg sind meine Themen.